So, ja, das Spiel ist gerade kurz abgeschmiert, als ich direkt hier nach weiterspielen wollte. Ich habe jetzt nicht unbedingt viel an Informationen verloren, aber, ja, ist ein bisschen doof. Lara, ich hoffe, du verstehst mich. Oben im Palast konnte ich nichts für euch tun. Mach schon. Das sagten sie schon. Ich glaub's dir aber noch nicht. Ja, ich kann jetzt nicht reden. Ich will festhalten, was ich hier sehe. So viel faszinierende Geschichte und Kultur. Mach mal guck's nimm. So, mit Sam hatte ich eigentlich auch geredet, aber... Hm? Was? Wirklich, Lara? Ich muss mich konzentrieren. Ach, Mist. Jetzt geht das Gespräch nicht mehr. Okay. Also ich hätte bis mit Sam auch noch ganz kurz gequatscht. War jetzt auch keine unglaublich wichtige Information, aber hey. Hi, Jonah. So, okay. Also meine nächste Aufgabe war, da hinten irgendwo, äh, ist die Endurance... 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 Ist das die? Weiß ich jetzt gar nicht. Aha. Warum auch immer werden Geocaches angezeigt. Oh, okay. An dem bin ich wohl wirklich vorbeigelaufen. Den seh ich ja von hier auch schon liegen. Ja, ich weiß. Ich hab das blöde Grab schon mehrfach jetzt gesehen. Und auch die Einsicht, dass ich's nicht... ...öffnen kann. Aber ich frag mich, wie ich hier hinkommen soll. Das ist ja... Äh, okay. Da ist es... Da ist es im Grab drin, garantiert. Gut. Lassen wir das. So, ich muss eh die... Da ist auch ein Grab. Und auch eine Schatzkarte. Alter, was ist denn hier los? Dann gehen wir doch erstmal... Oh, was ist denn hier los? Nein, haben wir zu viel. Richtung Endurance. Endurance, Entschuldigung. Vielleicht find ich hier auch noch ein paar Minen. Wie da zu fallen? Ne, das ist... Das ist okay. Dann krieg ich dafür auch Punkte. Krabbenkrieg! Was? Dafür gab's einen Erfolg, echt? Wow. So, Minen. Keine Minen. So, mein, mein, mein. Bogen ist jetzt auch stärker. Kann ich die aufgeben? Compound Bow. Ach, jetzt kann ich... Was? Jetzt kann ich auch auf Felswände. Das ist ja cool. So, aber ich wollte erstmal nach Bieten gucken. Hm, okay. Weiß es allerdings leider nicht mehr. Moment, nehm. Yeah. That's cool. Falsch recht. Nein. Okay, Reyes. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay. Wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaffe das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt. Funkstille. Alex, was machst du da? Das fragen wir uns. Was ist das da? Ach so, ich kann ja für mich aus. Das ist das. Hast du einen neuen Ort schon wieder auf der Karte entdeckt? Oh Mann. Habe ich was Sinniges auf der Karte entdeckt? Äh, gut, okay. Lassen wir das. Lassen wir das Sinnige, weil sie nicht sein. Da? Okay, komm. Schnapp ihn hier, Tiger. Taschen voller Caches. Yeah. Oh. Nicht dünn, da ist was. So, wo erst mal wird es mich, dass hier was ist? Aber hier? Oh. Noch ein paar Teile für den Bogen. Sehr gut. Alter. Fällt aber tief. So, da hinter. Hier ist... Was ist wohl deinem Besitzer zugestoßen? Auf dem Schild ist ein Name. Millie. Oh, heißt du der Hase? Oder der Besitzer? Das war ja süß. So, äh, hab ich jetzt... Das war das... Nee, hört erst noch was? Oh, noch tiefer runter. Da wollte ich sowieso, da ist ja noch das Ding runtergefallen. Hallo. Noch ein Plüschtier? Wurde das wirklich als Kopfstütze benutzt? Oder gehört es zu einem größeren Bildhauerwerk? Ich werde es herausfinden, falls ich je von hier wegkomme. Als Kopfstütze? Ja, das sieht unglaublich gemütlich aus. Vor allem aus Jade. Ja, es ist... Ne? Das ist ein Kissen, wie ich mir sie wünschte. Es gibt ja Leute, die mögen besonders harte Kissen. Also, da rüber muss ich... Äh, okay, dann gehe ich erstmal wahrscheinlich wieder hoch. Da. So, erstmal kurz hier nach Minen gucken. Haha. Da hinten ist noch eine. Ja. Da komme ich aber jetzt wahrscheinlich noch nicht dran. Oh, da bin ich wieder hoch. Da muss ich hin? Okay. Jetzt will ich raten, da oben ist was. Komm. Das war so klar. Aber gut, es war mit zu rechnen. Das ist... Okay. oah! Oh, okay. Oh, okay, okay. Oh, okay. Äh, könntest du bitte die Kamera wechseln? Ähm, nein. Nein, nein. Alter. Ich will doch nur... Halt, halt, sag mal. Warum... Aber kletterst du jetzt mal die Leiter runter? Für die Kuh. Danke. So, kannst du jetzt wieder hochklettern. Oh. Sehr zutraulich. Voll aufs Maul direkt. So. Ich weiß ja, dass da in die Ecke war ja eine Mine. Da hinten ist noch eine. Zu weit weg. Far, far away. Wo kann ich denn... Wo kann ich denn hier so... Da kann ich mir den Rückweg sichern? So, da komm ich gleich nachgedacht. So, da hinten schwimmt eine Mine und hier war auch eine. Und was haben sie gesagt? Was ist da oben los? Irgendeine Frau hat alle Gefangenen gesagt. Und alle anderen umgelegt. Wo zum Teufel ist sie? Hier ist niemand. Hier ist niemand. Wo ist denn die Mine? Komm, ich seh die Mine doch da hinten. Was, warte mal. Hatte ich nicht irgendwie was entdeckt gehabt? Und was? Ja, da... Ja, da... Oh, okay. Und jetzt... Wo war ich noch ein Blick? Kann man sich denn... Äh... Oh, er hängt da nicht mal. Äh, ha! Ne, bis nun will ich es probieren jetzt auch nicht. Äh, ganz heiß! Oder oben ist es noch zwei zu kriegen, da will ich hingehen, da will ich hingehen kommen. Oh, drei Teile von Gewinne von Gewinne. Ähm, okay, da geht es nicht mehr. Da habe ich es gesehen, habe ich voll gesehen, ganz klar. Äh, ne, das sind Pflanzen, ich wollte gerade sagen, da ist eine Mine, das ist aber auch unpraktisch. Ne, Moment, das ist so ein Grab, so ein guter Grab. Ja. Oh. Waren sie mal kaputt. Was gibt es da drin? Nichts. Geil. Ähm. Ja, äh, toll, die sind sie da jetzt so. Ach, okay, da dann, okay. Schneller, Laura! Die sind schon da oben. Du schaffst los. Okay, jetzt bist du nur noch da oben. Und das geht hier rüber, alles klar. Äh, aber nicht so, dann musst du... ...und ein Krabbenkrieg. Muss ich immer noch leicht, leicht schmunzeln. Och, nö. Hallo? Ich habe mein Pfeil wieder an und da gelang. Und da geht es runter. Warte mal, ging es hier auch noch... Und da ging es auch noch nicht dem erstmal hier. Ui. War hier nicht der andere, oder? War wohl eine, oder? Ah, so hier. Haha. Danke. Ja. Zum Glück halten die ja. Oh, wie praktisch. Hier war doch irgendwas. Hier rüber. Das ist aber doof. Hier gibt es was. Oh, ähm, ja. Ich stehe schon fast drauf. Wo sind die ganzen Kinder hin? Wo sind sie geblieben? Ah, das waren Blumen, ne? Noch ein Name. Vorsichtig ins Holz geschnitzt. Koko. Hört sich aber auch schön aus. Also das hat jemand nicht nur vorsichtig, sondern auch ordentlich ins Holz geschnitzt. Da haben wir den Koko. Da haben wir den Koko. Aha. Nein. War schon so. Alter! Oh, Alter! Okay, das wäre jetzt nicht so schlimm. Bist du dir das? Ach so, wir hatten ja noch irgendwas gesehen. Oh ja, wir hatten ja noch irgendwas gesehen. Ich möchte gar nicht wissen, wo ist das? Oh, ganz unten. Äh, hallo? Warum ist das? Ach, du wolltest den Geocache haben. Ja, ok. Keine, keine. Wollen wir. Wenn du ihn so dringend haben willst. Ich muss doch gerade kurz ein bisschen überlegen, wie ich denn da rumkommen soll. Oh nein, der ist gestrecklich. Wieso bin ich denn da rumkommen? Ja. Da oben ist er. Ja, wie komm ich denn da hoch? Hä? Ja, ich hab keine Ahnung, ob ich da rumkommen soll. Ich hab keine Ahnung, ob ich da rumkommen soll. Kann ich hier auf dem Feld gehen. Hier kann ich noch nicht oben gehen. Hey. Ich hab keine Ahnung, wie ich da rumkommen soll. Keine Mine. Boah. Abgesehen davon, dass ich hier zuerst einmal lang gehe, versuche ich mir hier rumzukommen. Kann ich hier auf irgendwas schießen? Oh nein. Hä? Okay. Okay, gucken wir erstmal ganz kurz weiter. Hier ist in der Nähe irgendwo ein Grab. Vielleicht komm ich ja da wenigstens rein. Toll. Gut. Ja, komm. Ist, ist okay. Ist okay. Ja, ist, ist kein Ding. Komm, ist okay. Okay. Ich hab immer noch keine Ahnung, ob ich da rumkommen soll. Aber, hey. Ich frag erstmal noch nicht weiter. Wir müssen jetzt erstmal wieder nach ganzem. Ja, gut, das ist kein Ding immer wieder hochkommen. Ja, gut, das ist kein Ding immer wieder hochkommen. Aber der hört sich ja hochkommen. So. Ja. 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 Ich bin bereit. Was zum Teufel sagen wir den Vollstrecker? Nur, keine Sorge. Wir sagen ihr erst... Ich brauche Hilfe! Ja! Was denn? Okay, fang keiner mehr. Den vollstrecken, kann auch nichts weggeklappt werden. Das Grab rein. Guten Tag. Juhu, irgendwas ist voll. Hm, die Form dieser Stütze scheint etwas bequemer zu sein. Was? Die ist auch aus Jade. Die ist genauso unbequem wie die andere vorher auch. Kopfstützen. Aus Jade. Knallköpfe. Macht denn sowas? Dann gehen wir erstmal hier. Oh. Ja, die Idee ist da. Schrank auf. Das ist die Damenumkleide hier. Sehr gut. Warum nehmen wir nicht mal sowas mit hier? Weil wir keine passende Knarre haben, ich weiß. Aus Prinzip. Oh nein, hier ist Munition. Toll, ich hätte auch hier lang gehen können. Klasse. Das soll ich wirklich brauchen. Und dann haben wir hier. Soll hier ein Grab sein. Da ist ein Bild von zwei Mädchen. Diese Brieftasche gehörte einem... Die Namen auf dem Bild. Ups, Entschuldigung. Millie und Coco. Oh, nö. Ich habe ihr Spielzeug gefunden. Was ist mit dieser armen Familie passiert? Oh. Das ist wahrscheinlich Millie und das ist Coco. Schätze. Schätze. Voll gemein. Wo gehe ich denn überhaupt hin? Jetzt kommen wir wahrscheinlich langsam in ein Grab. Also in ein... Was... Was auch als Grab bezeichnet werden kann. Vielleicht das Gasgraben. Deswegen ist ganz schlecht mit einer Fackel da hinzugehen. Das geht jetzt nicht. Was? Warum nicht? Macht dir nicht so scheiß Fackel aus. Überflutetes Gewölbe. Das klingt sehr vielversprechend. Dann setzen wir uns hier. Ach ja, Gewehr. Ja, mach mal. Das Kommandogewehr habe ich jetzt. Ich nehme das Kommando über dieses Gewehr. Oder so das Einzige, was ich in irgendeiner Form noch raushauen kann. Okay. Was haben wir denn jetzt? Ja, ja, ja. Schrapnellen. Ach ja. Auch klar. Yay, Schlittergranaten können wir jetzt. Das ist übrigens extrem toll. Ja, dreh dich mal ein bisschen weiter weg. Moment, gemeistert. Ach so, Präzisionslauf. Na, und die haben wir übrigens hier ein wenig an den Schaden erhöht. Was haben wir hier noch? Und einen Schalldämpfer. Komm. Den machen wir. Wir bauen uns einen Schalldämpfer für die Knarre. So, 250. Und 400. Also 650 brauche ich noch. Das heißt also wahrscheinlich genau dasselbe wieder. Wenn ich jetzt das Gewehr ausrüstet, müsste ich jetzt wahrscheinlich die 1. Nee, äh, äh, Moment mal. Äh. Wie war das denn nochmal? Also X wahrscheinlich, ne? Hier. Und... Das hat jetzt... Das hat einen Schalldämpfer. Okay. Das hat einen Schalldämpfer. Mhm. Eine Konsole, die... Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Woher siehst du das? Ah, okay. Ja, ja. Vergesst es. So, hier kann ich Knöpfe drücken. Bäh. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Oh ja, das ist eine super... Sache. Es muss ein Weg über dieses Wasser gehen. Schön, dass das nicht laut ist. Aber hier ist ja vorsichtig. Ich habe keine. Ja, das Boot ist jetzt los. Oh ja, das ist ja vorsichtig. Ich dachte, wenn ich mich jetzt beeilen würde, dann könnte ich... Es muss einen Weg über dieses Wasser geben. Gibt es ja auch. Achso. Damit das mal klar ist. Ah, könnte ich vielleicht das Ding unter die Laterne? Dafür müsste ich das ja aber erstmal irgendwo hin und her ziehen. So, jetzt wieder. So, jetzt wieder. So, jetzt wieder. Um, jetzt wieder. Kommen Sie näher ran hier. Oh, okay. Oh, in his car. Das war's. sich ausgestromen hat. Oh, toll. Hier gibt es ja auch gar nichts. Okay, cool. Ciao. Der Weg wäre wohl wirklich sehr lang gewesen. Ein Lagerraum. Artefakte aus einem alten Grab. Wodach haben sie gesucht? Ach da. Joa. Gute Frage. Schatzkarte. So viele Schätze. Toll. Toll. Ich glaube, ich habe auch einen Fähigkeitenpunkt. Ja. Na, guckst du. Machen wir doch mal hier nochmal schnell ein. Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Okay, ähm. Wir haben Achsexperte. Versetzen Sie Ihrem Feind mit Ihrer Kletterachse einen tödlichen Hieb. Ausweichkarte habe ich noch nicht jetzt. Okay. Machen wir erstmal hier. So, jetzt ist erstmal voll auf die Mütze. Ja, kann man fliegen. Oh, warte, warte. Ernsthaft? Habe ich hier gerade so viel gefunden? So, dann brauche ich 400. Aber komm, das Visier können wir schon mal. Yeah. So, warte, was kann ich das? Das konnte ich ja gerade noch. Äh. Schlüssel Schall gedämpft. Dann drücken Sie 4. Achso, ja gut, 4. Klar, logisch. Gleich mal ausprobieren. 4. Und 4. Danke. Wenn ich das jetzt wechsle. Und wieder die 4 mache. Sehr gut. Hammer. Könnte ich jetzt hier eigentlich wieder gehen? Oh.